Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es freut mich total, dass ich mal wieder ein Pferdekaufen machen kann, allerdings vielleicht fällt zum einen oder anderen auf, ich bin auf meinem Nicht-Haupt-Account, ich bin nicht auf meinem Haupt-Account, deshalb ist auch der Name ausgeblendet, also nicht wundern. Denn zum einen habe ich auf meinem Haupt-Account nicht so viele Star-Coins, um mir ein Araber zu kaufen und zum anderen dachte ich, hier wäre ein neues Pferd doch auch mal nicht so schlecht. Und ich würde sagen Leute, wir legen direkt los, denn es gibt zum einen neue Araber und ich freue mich schon extrem drauf, ich wurde gar nichts gespoitert oder sowas. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal alle an und es gibt neue Zäumungen quasi oder so Reithalfter, so Show-Halfter, ich weiß nicht genau wie es genannt wurde für den SSO und es gibt auch noch neue Pferdenamen und da bin ich besonders gespannt, weil ich dachte so lange schon, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie man Pferd nennen soll, weil ich gefühlt jeden schönen Namen schon habe und die anderen hören sich das ähnlich an, deshalb bin ich mega gespannt und wir legen einfach los. So, wir gehen jetzt erstmal nach Fort Pinta und dann schauen uns da diesen schwarzen Araber an, also den Rappe und zusätzlich möchte ich mich entschuldigen, einmal für meine guten Meerschweinchen, die immer wieder im Hintergrund denken, keine Ahnung, sie wollen euch mit unterhalten, es ist mega anstrengend gerade immer, ich weiß nicht, die haben irgendwie so einen Piepsanfall hin und wieder, also falls ihr da was hört, dann wisst ihr was es ist, es sind keine Vögel oder so. Und was gab's noch? Ah genau, es ist heute übelster Sturm bei uns, also es regnet, es windet und es ist ganz ganz ekliges Wetter und falls ihr irgendwie ein bisschen Wind oder sowas hört, ich hab jetzt schon überall die Jalousie runter gemacht, dann wundert euch nicht, dann kommt das auf jeden Fall daher. Aber wir gehen jetzt auch wirklich nach Fort Pinta, sonst wird das Video ja ewig lang. So und hier haben wir den ersten Araber, das ist der Rappe und komischerweise die sind kältebeständig, was? Als ob jetzt, okay, also die Araber sind anscheinend kältebeständig, finde ich eher relativ lustig, sie sind auch ziemlich teuer, also wir haben hier 950 Star Coins und ich muss sagen, auf jeden Fall die Gesichtszüge sind schon mal ganz gut getroffen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, aber ihr kennt wahrscheinlich diese wirklich krasseren Araber, die haben wirklich so eine spitze Schnauze hier mit diesem Bogen noch drin und da finde ich die Kontur hier auch ganz schön. Vom Körper her kann ich noch wenig sagen, weil da stehen ja Leute mit drin. Ich möchte mir den Rappe aber eigentlich auf meinem Hauptaccount kaufen, also ziemlich sicher, deshalb werde ich den hier nicht kaufen. Finde ich aber ganz schön und erinnert mich auch an ein spezielles Pferd, das ich auch kenne, deshalb muss ich den unbedingt haben, aber das kommt auf meinem Main-Account, wenn ich dann da mal wieder ein bisschen gespart habe. Übrigens, die Star Coins sind auch gespart, tatsächlich, ja, nicht gekauft. Deshalb gehen wir jetzt zur Goldspur-Farm und schauen uns da die anderen an, denn von dort werden wir auf jeden Fall einkaufen. So, da ich den falschen Hänger genommen habe, sind wir jetzt so ein bisschen mit zu laufen noch unterwegs zur Goldspur-Farm und leider regnet es draußen extrem, also es ist gefühlter Weltuntergang. Aber ich möchte jetzt unbedingt hier das Kaufvideo machen, weil ich eigentlich noch voll viel vorhabe heute, deshalb ich hoffe es so sehr, dass man es später nicht so krass hört. Also es wäre echt unangenehm, so Regen in der Aufnahme, das muss jetzt nicht sein. So, und da sind wir jetzt auch schon. Was heißt schon? Zum einen ist hier eine neue Location und ein Weg, was sehr cool ist. Ich bin vor allem gespannt auf die Gangarten, die verändert wurden. Da muss ich sagen, da freue ich mich schon super drauf. Wir fangen jetzt einfach mal an bei dem weißen hier. Da gefallen mir die Augen natürlich auch echt gut und ich muss sagen, im echten Leben mag ich Araber nicht unbedingt. Zum einen, weil die so zierlich einfach sind und ich mag dieses aufgeplusterte nicht so sehr, nicht mehr, muss man sagen. Ich mag mittlerweile eher die bisschen ausgeglichen, ihr wisst, was ich meine, ich kann kein Deutsch mehr. Und Warmblüter mittlerweile auch. Ja, es verändert sich doch hin und wieder. Ich finde aber wirklich, in SSO gerade sieht es doch ganz schön aus. Also ich finde, die Schnauze haben sie richtig gut getroffen, das Gesicht gefällt mir wirklich gut, die Ohren auch. Den Körperbau und die Gangarten, die beurteile ich dann später noch ein bisschen, aber so den weißen finde ich ehrlich gesagt auch schon echt süß, muss ich sagen. Oh, das ist auch ein ganz hübscher. Also mir gefällt ganz, ganz toll die Zeichnung im Gesicht in Kombination dann noch mit den weißen Beinen da, den Säckchen und die blauen Augen dazu. Also hat auf jeden Fall was. Finde ich echt schön, nur irgendwie sieht es fast nicht mehr aus wie ein Araber. Nur im Gesicht erkennt man es. Der hier erinnert mich auch an ein Pferd, das ich kenne. Schöne Färbung wieder, wie gesagt, also mit der Gesichtszeichnung haben die es echt toll gemacht, muss man sagen. Ja, dann kommen wir zum guten Apfelschimmel hier. Das wäre der hier. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Gesicht gefällt mir auch wieder sehr gut, aber mir ist irgendwie, ja die Äppelung, ich finde sie sehr süß. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zu viel Apfelschimmel in der Zeit gekauft habe, dass er mich jetzt nicht so sehr anspricht. Auch dieses Pferd eigentlich sehr schön, aber die Farbe ist für mich, also so ein Pferd habe ich noch nie in der Farbe reell gesehen, wenn dann eher heller. Deshalb ist es jetzt auch nicht so mein Fall und werde ich mir nicht kaufen. Und das ist auch eine sehr spezielle Farbe, sage ich jetzt mal. Sieht ein bisschen aus, als wären das hier Leberstreifen. Also das wäre vielleicht irgendwas, Leberprobleme oder so. Ein bisschen arg bunt gemixt. Aber insgesamt sind sie doch alle ganz schön. Mir gefällt diese Hälfte aber auf jeden Fall am besten. Und irgendwie habe ich jetzt auch schon entschieden und zwar entweder nehmen, also ich nehme eine von den drei. Dann muss ich mich jetzt gleich noch mit mir selbst ausmachen, welches ich nehme und den schwarzen würde ich auf meinem Hauptaccount noch kaufen. Aber jetzt geht es wirklich mal los mit kaufen. Ich labere schon wieder so vieles, es tut mir echt leid. Okay, nach langer Überlegung, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich den schwarzen am allerschönsten finde, möchte ich jetzt hier den braunen nehmen. Einfach weil er mir im Großen und Ganzen gut gefällt und weil so ein bisschen mehr Details dabei sind als jetzt bei dem Weißen und diesem Dunkelfuchs da neben uns. Deshalb werde ich den hier nehmen und hoffe, dass ich auf dem Account auf jeden Fall was mit dem einen anfangen kann. Oh, man kann ja zufällig alles wählen. Das finde ich gut, dass es vereinzelt wurde. Jetzt. Das Ganze wurde ja anscheinend endlich mal sortiert nach ABC und nicht so hoch und runter. Und es gibt hier anscheinend ganz viele neue Namen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh mein Gott, ich gucke es mir erst mal an und dann zeige ich euch so die, die mir am besten gefallen. Auf jeden Fall top Name. Ich finde es cool, dass es jetzt auch ein Y alleine gibt. Da kann man einfach Jazzy oder sowas nehmen. Ich glaube, sowas mache ich. Zwar ist es jetzt nicht ganz richtig, aber ich würde mein Pferd auch schon gern Losty nennen. Ich weiß auch nicht. Echt geile Namen. Also da freue ich mich schon. Da würde ich echt gern mehr Pferde kaufen. Ich finde den Namen echt cool. Archie oder so. Echt fancy. Okay Leute, Foxy ist richtig cool, aber irgendwie habe ich mich so in den Namen verliebt für dieses Pferd. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, aber es hört sich irgendwie cool an. Und zwar, fragt mich nicht, aber ich finde Archie einfach so cool. Also ich weiß auch nicht. Ich werde den Namen jetzt wählen. Ich finde, irgendwie passt es. Ich weiß auch nicht. Ich finde es cool. Es gibt bestimmt so viele andere richtig coole Namen. Ich habe auch gehört, es gibt den Pferdenamen Unfall dann quasi. Vielleicht wird da noch das eine oder andere Pferd umbenannt. Aber ich sage es mal so, ich finde Archie ist ein richtig süßer Name. Und ich denke, man kann jetzt endlich mal Namen wählen, die vielleicht jetzt nicht so viel Sinn ergeben. Aber einfach süß sind. Das muss man jetzt mal sagen. Jetzt gehen wir direkt zum Pferd und gucken uns dann auch die Gangarten an, bevor hier noch eine Stunde Aufnahme draus wird. Oh, schon ein bisschen Gangart habe ich gerade gesehen bei dem hier. Da gefällt mir der Apfelschimmel irgendwie doch ein bisschen. Oh, doch. Also so schlecht sieht der jetzt doch nicht aus. Ich hänge hier so ein bisschen fest gerade. Sehr schön. Ja, ich bin wieder draußen. So halbwegs jedenfalls. Und hier haben wir unser neues Pferdchen. Ich finde, es sieht durch die schön gemachte Schnauze hier echt ziemlich lebendig aus. Finde ich echt schön. Also hat sich da schon echt was getan, wenn ihr gerade dieses Pony seht und dann... Ja, es wirkt auf jeden Fall lebendiger, muss man sagen. Steigen wir einfach mal auf. Größenproportional auf jeden Fall auch einigermaßen gut getroffen, weil die sind nun mal auch zierlich und relativ klein. Und jetzt rüsten wir uns aus und dann bin ich schon ganz gespannt auf die Gangarten. Los geht's. Wisst ihr, was ist gegeben im Anlass? Werden wir uns jetzt einfach ein bisschen ein neues Outfit kaufen hier. Steht auf jeden Fall echt schön da. Gefällt mir echt gut. Aber jetzt zuerst mal eins von diesen Showhalftern da. Ich würde fast sagen, dann nehmen wir uns ein schwarzes und suchen uns dazu eine gute alte Ausrüstung aus. Aber das... Ja. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, der Mix aus dem Goldenen. Ich glaube, da würfel ich mir noch was zusammen. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wow, ich hatte mir angefangen, ein Outfit draus zu suchen und dann ist mein blöder Rucksack einfach voll. Erstmal leeren. So, ich habe mir jetzt einmal dieses Oberteil hier ausgesucht. Und dazu zumindest auf jeden Fall Sattel und diese Schabracke, die neue hier. Ich finde irgendwie die Farbe passt ganz süß drauf. Und dann dieses Showhalfter. Aber ich weiß noch nicht genau, ob man das jetzt auch zum Reiten tragen kann. Ich bezweifle es irgendwie. Äh, gut. Also wir reiten hier jetzt quasi mit Showhalfter. Finde ich ganz lustig, hier mit einer Hand quasi zu reiten. Ich glaube, dass ich das so auch belasse. Vielleicht wechsle ich noch die Hose. Da werde ich den einen auf den Schliff jetzt noch machen und dann geht es auch schon los. So, ich kaufe jetzt noch die Schuhe dazu. Finde ich irgendwie ganz schön, muss ich sagen. Und zugeben. Wo sind sie denn? Da oben. Und dafür lasse ich halt eine schwarze Hose an. Aber mir gefällt diese schwarze Hose eigentlich nicht so sehr. Deshalb muss ich jetzt mal gucken, ob ich mir da doch auch noch eine andere hole. Ich habe ja so wenig Klamotten. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Weil wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum die mir nicht gefällt? Guckt einfach ein bisschen näher hin. Und dann seht ihr, hier ist ein lila Rand. Und das, das triggert mich. Okay, ich habe mich jetzt auch nochmal so ein bisschen umentschieden. Ich werde mir jetzt diese Hose noch kaufen. Aua, das tut weh langsam von den Starcoins her. Plus die Gamaschen, die ich vergessen habe. Plus zum Reiten, nicht dieses, also zum Führen habe ich ja was. Und zum Reiten nehme ich dann das hier. Das hat jetzt gerade sehr geschmerzt. Starcoins mäßig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber zumindest sind wir jetzt so ausgerüstet, dass ich sagen kann, wir sehen echt trash aus. Welchen Helm nehmen wir jetzt noch? Ich glaube, wir nehmen sogar den hier. Dann sind wir jetzt auch bereit und ich bin sehr gespannt, wie ist die Gangarten aussehen. Let's go. Wir gehen auf den größten Platz und dann kann es auch schon durchgehen. Oh, ich habe das ganz vergessen und zwar die Frisuren. Jetzt wo wir gerade hier sind, können wir auch vorher erst noch kurz die Frisuren durchgehen. Das machen wir jetzt auch. So, das ist einmal die normale Mähne. Das kommt auch relativ, finde ich, an das ran, was wir von der Mähne hier haben. Es wackelt mir wieder so ein bisschen, ja, monoton, also nicht wie Haare. An sich schön animiert im Stehen, aber, also schön gestaltet im Stehen, aber die Animationen, das, ja, geht, sag ich jetzt mal. Dann haben wir einmal die kurze Mähne. Sieht etwas sportlicher aus, kann man auch tragen. Passend finde ich aber zu der Pferdefarbe irgendwie nicht so gut. Dann haben wir einmal die Zöpfchen. Kommt auch sehr gut für mich in Frage. Ich liebe Zöpfchen. Aber bei dem Pferd mag ich es tatsächlich gar nicht so krass. Also, hm. Müll ich mal von der anderen Seite sehen. Hat auf jeden Fall was. Hat auf jeden Fall was. Da kommt der Kopf nochmal ganz anders raus. Dann gibt es einmal die Mähne hier. Lässt sich auch einigermaßen tragen. Ein bisschen ungenau animiert. Die lässt sich auch tragen. Sieht dann eher aus wie so ein Freizeitpony und nimmt so ein bisschen die Form raus. Wenn ihr das, wenn ihr seht, was ich meine. Ich überlege gerade, ob ich die Sportmähne noch mache. Ich möchte mich auf der anderen Seite sehen. Und hier vielleicht. Hat auch echt was. Also, ich glaube, bei dem Schwarzen werde ich diese Mähne auf jeden Fall nehmen. Wisst ihr was? Ich mache es jetzt einfach mal. Oh, ich mache es jetzt einfach mal. Ich finde, die Mähne passt irgendwie total toll. Ich liebe ja Sportmähnen an sich auch schon. Und ich sehe ja schon, dass das Pferd echt einen schönen Trapp hat. Wow. Muss ich echt sagen. Warum hängt der Züge durch? Wir gehen jetzt zu einem großen Platz. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, in die Reiterina zu gehen, weil man da einfach die Funktion hat, dass man die anderen ausschalten kann. Und ich finde, zum Gangartenzeigen ist es doch relativ gut. Wir haben hier sogar noch Bühnenlichter. Das passt ja perfekt. Ich habe das hier noch nicht gemacht. Gut. Okay, Leute. So, jetzt geht es auch zu den Gangarten. Ich werde ganz kurz was dazu sagen und dann gibt es das Ganze auch mit Musik nach hinterlegt. Den Schritt finde ich eigentlich ganz schön, außer dass die Ohren wirklich dauerhaft hinten sind. Es wirkt ein bisschen so, als wäre die Hinterhand und der Rest, also die Hinterhand so ein bisschen einfach dazu gemacht. Als wäre das so ein unendlich langer Rücken, was es eigentlich nicht sein sollte. Als wäre es halt wirklich einzeln und als ob das Pferd so gar keine Last auf den Rücken aufnimmt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber so ein bisschen wie ein auseinander getrenntes Pferd. Die einzelnen Teile sind jedoch ganz schön, muss ich sagen. Und auch fast schon untertreten hier. Der Trab. Ich finde die Haltung des Pferdes wirklich sehr schön. Für SSO-Verhältnisse ist es wirklich echt toll, muss ich sagen. Ich habe noch nicht so viele Araber so laufen sehen, muss ich ehrlich sagen. Weil die meisten Araber, die ich kenne, sind gar nicht Dressurgeräte. Sonst sind dann Distanzpferde und, keine Ahnung, diese besonderen Arten da. Ich kann mich da nicht so gut aus außerhalb der Dressur, bin ich ganz ehrlich. Ja, aber finde ich ganz schön, wenn jetzt der Zügel nicht so durchhängen würde, würde ich schon fast sagen, echt top. Mir gefällt der Trab wirklich sehr gut und sieht sehr locker und ausgelassen aus. Auf den ersten Blick fällt mir nicht viel auf. Wieder die Hinterbeine sind natürlich ein kleines Problem. Der Schweif, die Mähne können wir gerade nicht beurteilen. Ansonsten bin ich wirklich echt zufrieden. Doch, finde ich echt schön. Okay, der Galopp verwirft das Ganze dann auch wieder ein bisschen. Wir gehen mal auf den richtigen Fuß. Ja, also ich finde alles, was vorne ist, quasi vor dem Sattel, eigentlich ganz schön sogar. Der Pferd trägt den Kopf relativ erhoben, aber trotzdem reißt ihn jetzt nicht nach oben. Er hat eine natürliche Mitschwungbewegung. Passt schon ein bisschen zu viel, aber ist doch ganz schön. Die Hinterhand wirkt auch im Galopp jetzt wieder so ein bisschen hinterhergezogen. Und auch die Hinterbeine sehen halt ein bisschen aus wie Schlangen, die hinterhergezogen werden. Also der hintere Teil gefällt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Der vordere Teil aber dafür umso besser. In dem nächst schnelleren Galopp geht es mir genauso. Gut, vorne ist sogar noch ein bisschen was verbackt, wie ihr seht. Und der hintere Teil ist wieder so, ja, da wurde ein bisschen an der Animation gespart, habe ich das Gefühl. Dann haben wir noch den Jagdgalopp hier. Und da ist es wieder genau dasselbe. Vorne leckt es ein bisschen, sonst Kopfhaltung etc. eigentlich ganz gut. Und die Hinterhand wurde halt ein bisschen unsauber animiert. Gut, jetzt machen wir weiter mit dem Steigen einmal. Uh, das sieht aber schön aus. Das ist so wirklich Araber mäßig, das finde ich echt cool. Doch da muss ich sagen, ich habe mich auch wirklich sehr zufrieden mit dem Steigen. Ich glaube so wirklich Legs gibt es da auch nirgends. Doch Hinterbeine ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein schönes Steigen doch. Ja, die Beine legen halt minimal, aber das ist... Uh, cool. Das wusste ich ja gar nicht, dass sie so eine extra Dings haben. Wenn ihr auf die Leertaste drückt, dann können sie das. Finde ich echt fancy. Sieht auch echt gut aus, muss man sagen. Ja. Außer, dass der Reiter halt wie so ein Stock drauf sitzt. So, gehen wir noch rückwärts. Ähm, ja. Vorne gefällt es mir sehr gut. Hinterhand ist... Also die Hinterhand von dem Pferd gefällt mir allgemein nicht so wirklich. Also die Beine, die ist anatomisch irgendwie nicht so ganz richtig. Aber im Trab sehe ich das Problem jetzt nicht so stark. Da kann man es echt gut akzeptieren. Und den finde ich auch wirklich ist die schönste Gangart an einem Pferd. Das sieht echt top aus. Das mit dem schwarzen Araber ist bestimmt richtig schön. So, jetzt gucken wir uns einmal noch den Sprung des Pferdes an. Das sieht nicht aus, als hätten die da irgendwas anders gemacht. Bezug ist jetzt auf die anderen Pferde so. Äh, relativ normaler ist das Ursprung. Merke ich jetzt keine großen Veränderungen oder sowas. Der Speed Stop. Gibt es auch noch? Äh, das sieht ja lustig aus wie so ein Reh. Okay, wir probieren es nochmal. Einmal galoppieren. Speed Stop. Also hält an und macht dann nochmal so einen Hüpfer. Finde ich ganz cool. Sieht ein bisschen lustig aus, muss man sagen. Also ob man das so ernst nehmen kann, weiß ich nicht. Aber an sich ist das eigentlich ganz süß. Das ist eine coole Idee, das mal ein bisschen anders zu gestalten. Rechtswendung, Linkswendung. Ist ganz schön. Steigen wir einmal ab. Und dann geht es auch ans Führen mit unserem neuen Führhalfter. So ist einmal die Außenansicht von dem Pferd. Doch, gefällt mir eigentlich sehr gut. Also kopfmäßig haben sie wirklich den Araber sehr gut getroffen. Körpermäßig relativ. Die Hinterhand, wie gesagt, gefällt mir im Allgemeinen nicht ganz so. Also gibt es schon ein paar Sachen, die man auch kritisieren könnte. Aber ihr wisst, ich bin eh nicht so streng. Also mit SSO mittlerweile mehr. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Da bin ich auch schon ein bisschen lasch in der Bewertung geworden. Wie man glaube ich auch öfter schon bemerkt hat. Wir führen jetzt einmal mit unserem ersten führenden Zügel quasi. Also Strick statt irgendwie. Einfach nur eine Trense und den Zügeln dann. Es backt leider, wenn man läuft. Also ihr seht ja den Knick da drin. An sich ist dieses Geschirr da vorne echt schön. Muss man sagen. Der Araber sieht ein bisschen aus, als würde ihm gerade der Rücken wegbrechen. Oder? Was meint ihr? Ja und animationstechnisch wurde da schon ein bisschen gespart. Also so ein Knick ist jetzt nicht so realistisch. Aber an sich das Stück jetzt außerhalb des Führens ist das schön. Mal kurz gucken, ob das... Ja, es tänzelt auch so ein bisschen rum. Ja, gefällt mir gut. Auch der Schweif, der ist hoch... Also hochgesetzt quasi. Das ist doch ganz schön. Und wir gehen jetzt auch, bevor ich noch wieder zu viel labere, jetzt einfach mal über zu den Gangarten mit Musik. Für diejenigen unter euch, die nicht immer eine blöden Kommentare hören wollen, sondern einfach nur sehen wollen, wie das Pferd läuft. Let's go! Bis zum nächsten Mal. 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 So ihr Lieben, das war jetzt auch nochmal die Gangartenvorstellungen in kurz mit Musik unterlegt für die, die sich wirklich nur dafür interessiert haben. Ich hoffe euch hat das kleine Video jetzt gefallen, wobei es ist gar nicht so klein geworden, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte es wird bald das kurze Video, aber es wurde doch ein bisschen länger als gedacht. Im Großen und Ganzen bin ich verliebt in den Trab mittlerweile. Wie gesagt, die Hinterweine sind ein bisschen, ich weiß auch nicht, da wird immer ein bisschen von SSO, ja so als wäre dieses Gelenk hier gar nicht da. Ich glaube ihr wisst, was ich meine, aber mir gefällt der Hals von den Arabern, das sieht aus wie ein Dressur gerittener Araber einfach, der Trab. Ich habe mich da echt verliebt und ich glaube da wird noch ein paar mehr als der Schwarze nur einziehen. In der SSO finde ich es wirklich sehr sehr schön, auch wenn ich in echt jetzt kein Araber glaube ich wollte oder allgemein ich glaube ich wollte kein Vollblut mehr. Aber es ist auch wieder eine längere Geschichte. Ich möchte jetzt das Video an der Stelle beenden. Es freut mich, wenn ihr bis hierher dabei wart, dass ihr bis hierher dabei wart und schreibt dann doch einfach mal Hashtag NaliCon in die Kommentare, weil mich würde mal interessieren, wer von euch überhaupt noch meine Videos ganz anschaut oder ob es überhaupt noch jemand tut. In dem Sinne, ich wünsche euch einen ganz ganz schönen Tag und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Manche Erinnerungen für euch alle, jeden Samstag um 14 Uhr, wenn ich es nicht schaffe, manchmal auch um Sonntag, kommt mittlerweile jetzt eine Kurzgeschichte, also unbedingt Glocke einschalten und in dem Sinne, macht's gut!